Willkommen in Fechners Universum, der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials. Sei der Welt ein Licht. Hallo liebe Zuhörer in nah und fern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mir vorgenommen, immer mehr das Gendern zu üben, auch wenn das dem einen oder der anderen nicht gefallen mag. Ich finde es sinnvoll und super. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Herzlich willkommen hier wieder in meinem Universum. Ja, ich bin Sven und ich möchte auch gerne in diesem Jahr 2022 hier mit euch in den Dialog, in die Kommunikation kommen. Und ich freue mich nach wie vor über jede Reaktion, über jeden Kommentar, über jede E-Mail. Danke dafür, dass ihr mich jetzt schon seit einem Dreivierteljahr begleitet. So, ihr Lieben, Jahreswechsel. Wir haben heute den 3.1.2022. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in diesem Jahr oder in diesem Jahreswechsel ist für mich einiges anders als sonst. Und das ist bemerkenswert und spannend. Und ich möchte euch etwas weitergeben, was ich entdeckt habe in diesen letzten Tagen, was mich sehr, auf der einen Seite sehr beflügelt und auf der anderen Seite auch sehr entspannt und ins Hier und Jetzt bringt. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Es ist ja so üblich und Tradition, dass man sich zum Jahreswechsel Vorsätze vornimmt. So ganz praktische Sachen. Ich möchte irgendwie 10 Kilo abnehmen oder ich möchte mit dem Rauchen aufhören oder Alkohol nur noch nach 19 Uhr trinken. Es gibt ja die absurdesten Vorsätze. Meistens bin ich mir zumindest auf die Spur gekommen. Also ich mag das sehr, dieses alte Jahr und auch so Verhaltensmuster, Mechanismen, auch Gedanken, Muster und so Sachen mir bewusst zu machen. Gerade in dieser Raunächtezeit, so zwischen Weihnachten und so dem 7., 8. Januar. Und da war ich auch in den letzten Jahren immer sehr, sehr fix mit dabei und habe das auch genossen und mir da Gedanken gemacht, Sachen aufgeschrieben, Rituale gemacht, Sachen losgelassen, Visionen entwickelt für das kommende Jahr. Und das war auch wunderbar und das hat mir auch, glaube ich, immer einen ganz guten Kick gegeben für den, für so einen Neustart ins neue Jahr. Fühlt sich ja immer auch so ein bisschen so an, dass man so das Gefühl hat, okay, alles ist möglich, das Jahr ist noch unbeleckt und mal gucken, wohin das führt. So, in diesem Jahr war allerdings alles etwas anders. Ja, ich habe mir auch, ich habe mir diese Zeit freigenommen, hatte mir vorgenommen, eigentlich wollte ich schon seit gestern in einem buddhistischen Zentrum sein. Das wurde jetzt leider abgesagt letzte Woche, weil ich, Sie haben es nicht genau erläutert, aber ich gehe mir davon aus, dass da ein Corona-Fall oder Corona-Fälle aufgetaucht sind, dass sie jetzt halt einfach keinen Publikumsverkehr oder Menschen, die sich für ein paar Tage zurückziehen möchten, dort beherbergen können. Ja, so, ich hatte also sehr viel Zeit seit Weihnachten und bin so in mich gegangen und habe gedacht, okay, das Jahr abschließen und ich weiß nicht, wie es euch ging. Trotzdem, trotzdem auch viele schöne Sachen passiert sind, sind auch in diesem Jahr 2021 Dinge bei mir passiert, wo ich denke, so echt, boah, ich verliere mal wieder den Glauben daran, dass wir als Menschheit auf diesem Planeten hier in irgendeiner Form das Ruder noch rumreißen können und ja, ich habe einfach diesen Hang auch gerne mal dann so die negative Perspektive zuzulassen. Ja, das hat was mit meiner Vergangenheit zu tun, ich arbeite da dran und ich bin jetzt so in diesen letzten Tagen, da dachte ich so, boah, was möchte ich eigentlich in 2022 verwirklichen? Und was ist meine Vision? Also ich habe eine Langzeitvision, die geht, die habe ich vor ein, zwei Jahren aufgestellt, die so ins Jahr 2025 oder sogar bis ins Jahr 2030 geht und da werde ich auch nicht groß dran was verändern, weil ich das sehr, sehr schön finde und weil ich da Bock drauf habe und mein Herz da immer noch hüpft. Aber so ganz konkret, ja, also letztes Jahr zum Beispiel um diese Zeit hatte ich mir dann den größtenwahnsinnigen Plan oder diese Vision ausgedacht, ich mache einen Podcast und das hat ja auch ganz gut funktioniert, finde ich. Ich weiß zwar nicht, was für eine Reichweite mein Podcast hat, aber ich mache den und das macht mir sehr viel Freude, auch jetzt diese Folge hier aufzunehmen zum Beispiel und das mache ich auch weiter. Aber in diesem Jahr ist mir wirklich nichts eingefallen, was ich machen möchte, was ich verändern möchte, was ich optimieren möchte, was ich erreichen möchte. Und das ging mir gar nicht gut damit. Ich dachte so, das kann doch nicht sein. Und wenn ich jetzt keine Vision für 2022 entwickle, dann setze ich ja auch keine entsprechenden Ursachen und dann wird auch keine Wirkung in meinem Leben auftauchen. Und bin so richtig in so einen Stress gekommen und dachte so, das kann doch irgendwie alles nicht wahr sein. Und wirklich auch so emotional, das hat mich wirklich aufgewühlt, weil ich das Gefühl hatte, oh, jetzt ist so der innere Antrieb und die Lust auf Entwicklung und Transformation und Entfaltung ist einfach weg. So, und dann habe ich das Glück gehabt, einen Artikel zu lesen und zwar in einem Blog, den ich sehr mag, der nennt sich My Monk. Entschuldigt. My Monk bin ich bei Facebook, habe ich schon ewig geliked und abonniert und dann kommen immer da ganz, ganz schöne, ja, mal mehr, mal weniger inspirierende Artikel von diesem Menschen, der diesen Blog macht, den ich ziemlich gut finde, kann ich euch nur empfehlen. Mein Mein Monk, also mein Mönch. Und da kam plötzlich so ein Artikel, dass das geheime Wort, was 2022 für dein Leben wirklich vielleicht die Veränderung bringen kann. Und ich so, okay, das ist jetzt ein bisschen reißerisch, ich gucke da mal rein. Und dann stellte sich heraus, dass dieses kleine Wort mich echt in dem Moment richtig gecatcht hat. Und zwar das Wort genug. Ja, genug. Und dann dachte ich so, es ist genug. Ich bin genug. Ich habe genug. Ich mache genug. Ich schenke genug. Ich empfange genug. Und dachte so, boah, das ist wirklich bei mir gerade so ein Mindcatcher, so ein Mindchanger. Ja, weil ich mich doch ertappe immer wieder, dass ich denke, ich müsste an mir etwas optimieren. Ich müsste, ja, ich habe immer noch das Ziel, es irgendwie mal zu erleben, dass ich nochmal 85 in meinem Leben wiege. Ich komme aber irgendwie um diese 90 plus minus einfach nicht drüber weg. Ja, und stresse mich da total und denke so, ah, es müsste aber, ich müsste mich ja optimieren. Und wenn ich 85 wiege, dann ist super, dann bin ich leicht, dann bin ich sportlich, dann sehe ich sexy aus und so. Also dieser Optimierungswahn, den ich mir selber auferlege. Genauso mit, ja, ich müsste eigentlich noch das lernen und ich müsste noch das und das machen und ich muss da und da besser werden. Grundsätzlich ist das auch ganz gut, wenn man diesen Impuls oder diesen Antrieb hat. Aber ich habe gemerkt, in diesem Jahr möchte ich als einzigen Vorsatz mir zugestehen, dass ich genug bin mit dem, was ich bin. Ich bin und das ist genug. Ich muss nicht noch irgendeine Psychotherapie-Methode lernen. Ich muss nicht noch mehr Inhalt machen hier in diesem Podcast, um genug zu sein. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wieso fühle ich mich eigentlich oft nicht genug? Was steckt denn dahinter? Und dann ist mir klar geworden und ich bin immer noch am Forschen und mich würde wirklich interessieren, wie ihr darüber denkt, dass natürlich auch unser gesamtes Gesellschaftssystem darauf aufgebaut ist, uns das Gefühl zu vermitteln, wir sind nicht genug. Wir sind nicht auf dem neuesten Stand der Nachrichten, wir müssten da mehr tun, das ist nicht genug. Wir müssen mehr Sport machen, wir müssen uns gesünder ernähren, wir müssen uns umeinander kümmern, wir müssen uns impfen lassen. Diese ganzen Themen, dieses so wie du bist, bist du nicht genug, habe ich das Gefühl, dass unsere Art unseres Zusammenlebens uns immer wieder mit dieser Aussage indirekt konfrontiert. Und als ich das jetzt so vor zwei, drei Tagen gelesen habe, ist mir dieses Wort nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und seitdem merke ich so, dass sich das immer mehr als so als inneres Mantra, als neuer Gedanke in meinem Leben etabliert. Du bist genug, du bist, du bist, du bist, es gibt nichts zu verbessern, nichts, was noch besser wäre, außer dir im Jetzt und Hier und dem Tag am Meer. Ja, du bist genug, das sagen die Fantastischen Vier in diesem wunderbaren Song, den ich ja so sehr liebe. Du bist genug und mit diesem Geheimnis, was jetzt nicht von mir ist, wie gesagt, das ist von diesem wunderbaren Menschen, ich weiß gerade den Namen nicht, der diesen Blog macht, du bist genug, ich bin genug. Und ja, wenn du Bock hast, was zu verändern, dann folge wirklich der Freude in deinem Herzen. Aber wenn die Freude nicht da ist, wenn dein quasi dein inneres Kind nicht anfängt zu hüpfen bei dem, was du dir jetzt vorgenommen hast oder was du meinst, was du verändern, was du verbessern, was du optimieren möchtest oder was du auch sein lassen möchtest, dann habe ich mir vorgenommen und dafür zu möchte ich euch inspirieren, euch das vielleicht auch zu eigen zu machen, dann ist es genug, so wie du bist. Du musst nicht nur, weil uns die Umgebung mitteilt, werde besser, mach das, optimiere dich da, du musst ein besserer Sprecher werden, du musst Hörbücher machen, sonst wirkst du nicht souverän oder bist, hast kein Standing irgendwie in dem Job, also diese ganzen Sachen, du musst, du musst, du musst, du musst gar nichts, du musst die Buddha-Natur in dir erkennen. Und dass du so bist, wie du bist, komplett ausgestattet bist und dass du dich jederzeit wiederbeleben kannst und ja, das ist ja auch die Essenz der buddhistischen Praxis, die ich mache. Ja, also das, wenn ich mich schon mit mir konfrontiere und mit mir beschäftige, dass ich mich nicht noch zusätzlich unter Druck setze und diesem Leistungsdruck und auch diesem Rausch, dieses nicht genug bekommen können, auch diese Gier, also Kapitalismus ist ja leider gefüttert davon, immer mehr Bedarfserweckung zu generieren bei uns Konsumierern und Konsumenten, dass es immer darum geht, hier, das Produkt, das brauchst du, das, wenn du das hast, ne, wenn du das neueste Handy hast, wenn du, was weiß ich jetzt auch noch, den fünften Streaming-Dienst abonniert hast, dann, dann ist es genug. Es wird nie genug sein. Das Leben ist so voll. Wir können das nicht alles auf einmal und jetzt und hier und alles uns zuführen, das so, dass wir irgendwann das Gefühl haben, wir haben, es ist alles, es ist alles da, sondern es ist eine innere Einstellung und ja, das gebe ich euch jetzt hier quasi als erste Folge im neuen Jahr 2022 mit und ich bin gespannt, was ihr dafür für Gedanken zu habt und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eure guten Vorsätze, eure Gedanken zu diesem Thema mitteilen würdet. Generell finde ich das super, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt über Themen, gerne jederzeit her damit. Da fällt es mir viel leichter, auch die nächsten Folgen für euch hier zu produzieren. Also, kommt gut in das neue Jahr, passt auf euch auf, alles ist gut, wir sind genug, du bist genug, ich bin genug, es ist genug mit nicht genug. Also, schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal wieder hier in meinem Universum. Ciao. Sei der Welt ein Licht. Tschüss. Tschüss.